Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei uns auf dem Krypto-Angekanal. Gemeinsam mit Finn und Liam werde ich euch heute wieder zu den wichtigsten Themen aus dem Kryptospace updaten. Finn spricht gleich zuerst einmal über das Halving bei Bitcoin und wie sich dieses auf den Preis auswirken wird und wird danach auch nochmal genauer auf die Bitcoin-Adoption eingehen. Wir sehen, dass es vermehrt weniger Adressen mit einer Non-Zero-Balance gibt, also immer mehr kleine Entitäten kaufen BTC nach. Danach Liam im Chartpartner, dieser redet über ein Symmetrical Triangle auf dem One-Hourly-Timeframe, wie sich dieses jetzt auf die Kurse auswirken wird, beziehungsweise ob wir ein Breakout sehen könnten, wird euch Liam genauer sagen, ganz am Ende nur mit mir. Wir reden zum einen über die Übernahme der Vermögenswerte von der Silicon Valley Bank durch die First Citizen Bank und wir werden auch nochmal genauer die Möglichkeit eines Crashs im europäischen Bankensektor beleuchten. Dafür einmal dranbleiben. Wenn euch das Video am Ende gefallen hat, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Ganzen einmal einen Daumen nach oben da lasst. Lasst uns doch heute mal probieren, gemeinsam die 40 Likes voll zu machen. Würde mich auf jeden Fall freuen und wir starten jetzt einmal direkt rein ins Video. So und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite zu diesem Video. Ich bin Fynn, wo wir uns heute in Online-Daten mal den 50 Weekly Moving Average zusammen mit den Halvings anschauen. Und zwar sehen wir hier, dass wir aktuell den 50 Weekly Moving Average nach oben hin durchbrochen haben. Da haben wir jetzt auch einen Weekly Candle Close darüber gesehen. Und das ist eigentlich in der Regel immer der Fall gewesen, wenn wir aus den Tiefen des Bärenmarktes wirklich wieder hier rausgekommen sind und sind meistens auch zumindestens, abgesehen von dem Corona-Dump, den wir gesehen hatten, dem Black Swan Event, was nochmal dann kam, sind wir eigentlich auch nie, nachdem wir den 50 Weekly Moving Average nach oben hin verlassen haben, nach dem Tiefen eines Bärenmarktes, haben wir sonst den 50 Weekly Moving Average nie nach unten nochmal verlassen. Außer halt, wie gesagt, bei Corona. Aber das lag wirklich nur daran, dass halt der Gesamtmarkt extrem unter Druck geraten ist, also auch die Aktienmärkte und so weiter. Trotzdem muss man jetzt natürlich sagen, es ist jetzt die Frage, ob wir jetzt schon sehr schnell weiter aufsteigen werden oder eher konstant konsolidieren werden. Vielleicht immer mal etwas aufsteigen, immer mal etwas abfallen. So wie wir das beispielsweise 2015, 2016 hier gesehen haben. Da haben wir auch, nachdem wir das Cross gesehen haben, erst einen kurzen Pump gesehen, aber sind dann nochmal relativ lang seitlich konsolidiert. Was wir natürlich nicht sehen wollen, wäre so etwas wie beim Corona-Event, dass wir nochmal deutlich unter den 50 Weekly Moving Average fallen. Das könnte uns natürlich nochmal etwas Zeit kosten, aber selbst dann, wie gesagt, wir warten auf die Parabole-Bewegung von Bitcoin wirklich nach dem 4. Halfening, was dann so Mitte, Anfang 2024 stattfinden wird. Und dafür sieht erstmal alles nicht schlecht aus, weil was bisher auf jeden Fall immer so war, ist, dass wir vor dem Halfening den 50 Weekly Moving Average nach oben hin verlassen haben. Sogar selbst bei Corona haben wir es dann, sag ich mal, zum Zeitpunkt des Halfenings relativ genau gerade wieder über den 50 Weekly Moving Average geschafft. Die zweite Sache, die wir uns anschauen wollten heute, ist die Number of Addresses mit Non-Zero Balance. Hier sehen wir nochmal, wie schnell aktuell neue Adressen dazukommen, die bisher noch keine Bitcoin hatten. Und das ist natürlich erstmal ein sehr gutes Signal, denn man muss ganz klar sagen, natürlich, umso mehr Leute im Endeffekt einen kleinen Teil von Bitcoin besitzen, umso mehr erfüllt Bitcoin im Endeffekt auch seinen Zweck, weil es natürlich darum geht, dass viele Leute etwas Bitcoin haben, dass man wirklich damit bezahlen kann und im Endeffekt Geld transferieren kann. Das funktioniert natürlich nur, wenn es viele Leute gibt, die Bitcoin besitzen. Und diese Kurve steigt aktuell wieder extrem stark an, was sehr schön dazu passt, dass wir jetzt auch diesen Pumpway die letzten Wochen wieder gesehen haben und könnte, wie gesagt, dazu führen, dass wir jetzt nochmal weitere Kursanstiege sehen. Meine Price Targets persönlich sind ja, wie ich schon öfter erwähnt hatte, jetzt so 35 bis, ja, ich würde sagen knapp 35k, ungefähr plus, minus ein paar Tausend natürlich. Keine Finanzberatung natürlich an der Stelle, trotzdem müssen wir uns jetzt natürlich die Charts anschauen, um wirklich zu wissen, was wir in den nächsten Tagen sehen könnten. Und dafür gebe ich natürlich Herrn Liam weiter und verabschiede mich für heute. Okay, Leute, dann nochmal willkommen zurück jetzt zur Chartanalyse. Ich bin Liam und wie immer wollen wir uns heute nochmal den Bitcoin-Chart anschauen auf dem Weekly, Daily und Only-Timeframe. Auf dem Weekly-Timeframe können wir natürlich erkennen, dass wir jetzt den Weekly-Close hatten und dieser sah natürlich jetzt nicht so gut aus. Wir wurden hier rejected an unserer oberen, beziehungsweise an der unteren Widerstandslinie von dieser Widerstandszone, die sich hier erstreckt zwischen 28.600 US-Dollar und 31.600 US-Dollar. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, ob wir tatsächlich hier mit dem Weekly-Beziehungsweise Daily-Chart nochmal einen Pump sehen, der in die Phase reingeht, bevor wir wieder eine kleinere Korrektur sehen werden, oder ob wir tatsächlich jetzt hier rejected werden und jetzt Stück für Stück hier auf die 25.200 US-Dollar abkratzen werden nochmal. Ich persönlich kann mir das gut vorstellen, einfach weil wir jetzt hier wieder einen sehr, sehr starken Pump hatten. Zwischenzeitlich sind wir hier wirklich von 19.500 US-Dollar jetzt auf die 28.000 gegangen, in deutlich weniger als zwei Wochen. Das war ja quasi an den letzten zwei Tagen von dieser Weekly-Candle hier und dann natürlich dieser. Das bedeutet, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir hier nochmal in Richtung 25.200 gehen. Habe ich aber auch schon in den letzten Videos gesagt. Dementsprechend wollen wir jetzt einfach mal vorgehen in den Day-Chart. Achso, was wir noch im Weekly-Chart kurz anschauen wollen, sind die EMA-Ribbons. Und da sind wir jetzt sehr, sehr schön nach oben durchgefahren. Also wir haben uns das hier ja lange angeschaut, wie wir hier die Seitwärtsbewegung in den EMA-Ribbons sehr kritisch hatten in den Weekly-EMA-Ribbons. Und jetzt sind wir glücklicherweise ja deutlich stärker nach oben hin ausgebrochen, was natürlich ein sehr gutes Zeichen für den Bit-Konkurs ist. Denn somit, wie ihr hier auch erkennen könnt, haben wir ziemlich genau unter diesen 25.200, 25.300 US-Dollar massiven Support. Das bedeutet, erstens hatten wir hier diese Phase, die stark getradet wurde, hier diese Phase. Dann haben wir noch die Weekly-EMA-Ribbons. Das bedeutet, wenn wir die Korrektur haben werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Korrektur deutlich weiter als 25.200, 25.300 US-Dollar geht. Und wenn, dann höchstens mit einem WIG. Und Leute, jetzt wollen wir natürlich nochmal vorgehen auf den Day-Chart. Denn auf dem Day-Chart können wir erkennen, sind wir ja hier immer noch sehr nah an unserem Widerstand dran. Also es sieht nicht danach aus, als würde der Bit-Konkurs aufgegeben haben. Vor allem, weil wir gleich auf dem kleineren Time-Frame noch ein Long-Pattern haben, was tatsächlich hier wieder zu einem erneuten Antest der Widerstandszone führen könnte. Und demnach, hier können wir eigentlich nicht sonderlich viel sehen. Wir konsolidieren hier gerade einfach. Wir behalten uns immer noch hier über unserer Trend-Support-Linie, sage ich jetzt mal, und unter unserem Widerstand. Wenn wir uns die Bollinger-Bands anschauen, sehen die noch nicht sonderlich interessant aus. Wir sind hier noch extrem weit auseinander. Das bedeutet, ein größeres Movement in eine bestimmte Richtung ist erstmal etwas weiter noch entfernt zeitlich. Zumindest was diesen Indikator angeht. Aber ich habe ja auch schon gesagt, wir haben hier theoretisch RSI-technisch noch etwas Platz. Hier auf jeden Fall nochmal in diese Zone reinzubringen, bevor wir die Korrektur haben. Allgemein sollten wir aber definitiv nochmal einen Retest von den 25.200 sehen. Zum einen natürlich, um den RSI hier zu beruhigen und zum anderen natürlich, um schöne Positionen zu eröffnen oder um unsere vorhandenen Positionen zu vergrößern. Und Leute, falls ihr auch tradet und uns damit supporten wollt, dann könnt ihr euch sehr gerne über unseren BitGet-Link in der Videobeschreibung registrieren. Da könnt ihr nochmal zusätzliche Boni auf euer eingezahltes Geld erhalten, habt niedrige Exchange-Gebühren und Fees zahlt ihr so oder so an den Exchange. Nur so würde ein kleiner Teil der Fees an uns abgehen und das würde uns natürlich sehr supporten, Leute. Und damit wollen wir auch nochmal weitergehen in den Stundenchart. Denn im Stundenchart können wir erkennen, haben wir hier nochmal ein kleineres Pattern. Wir befinden uns ja hier immer noch in unserer Seitwärtsbewegung, aber glücklicherweise auch über unserem Trend-Support. Und gerade formen wir hier auf dem Stundenchart ein Pattern, was auch tatsächlich schon ausgebrochen ist. Ein Symmetrical Triangle würde ein Continuation-Pattern sein. Sprich, wir hätten hier oder könnten hier einen Long-Breakout erwarten und unser Breakout-Target wäre ziemlich genau bei 28.600 US-Dollar. Das heißt, es würde hier natürlich wieder sehr spannend werden. Einmal, ob wir es schaffen, diese Linie hier zu durchbrechen, die 28.400 US-Dollar, die ja immer als sehr starker Widerstand hier zumindest in den letzten Tagen galten. Und natürlich, ob wir es tatsächlich bis hier oben schaffen würden, wäre beides sehr interessant. Aber auf dieses Pattern könnte man hier auf jeden Fall auch sehr schön traden, vor allem, weil wir hier momentan diese Seitwärtsbewegung haben, wo man insgesamt eigentlich ganz geil traden kann, wenn man hier eben immer gute Einstiege an den Supports beziehungsweise Widerständen mitnimmt. Und Leute, das war es auch wie immer mit der Chart-Analyse und ich wünsche euch viel Spaß beim News-Part mit Timo. Die First Citizen Bank übernimmt jetzt die Vermögenswerte der gescheiterten Silicon Valley Bank und der Druck auf den europäischen Bankensektor steigt. Große Kursverluste am vergangenen Freitag. Wir wollen uns jetzt hier heute einmal gemeinsam anschauen, was dort wirklich dahinter steckt. Wir beginnen einmal mit der First Citizen Bank. Insgesamt 72 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten mit einem Abschlag von 16,5 Milliarden US-Dollar wurden jetzt von der First Citizen Bank übernommen. Dabei ganz wichtig zu sagen, die übernommenen Einlagen sind weiterhin über den amerikanischen Einlagerungssicherungsfonds abgesichert. Natürlich besteht das weiterhin, um eben für Sicherheit in der Bevölkerung zu sorgen. Was dabei natürlich sehr interessant ist, bis vor einigen Monaten war die Silicon Valley Bank noch circa doppelt so viel wert wie die Citizen Bank. Jetzt ist eben, sage ich mal, diese gesamte Marktkapitalisierung quasi im Sande verflossen. Was aber sehr interessant ist, wie gesagt, die FDIC spricht davon, dass sie weiterhin ihr Programm fahren werden. Der amerikanische Bankensektor wird gestützt. Es kommt hier nicht zu weiteren Verlusten. Dabei stellt sich jetzt aber natürlich die interessante Frage, was haben wir denn überhaupt hier am letzten Freitag gesehen? Große Kursverluste bei europäischen Banken. Und deshalb wollen wir uns jetzt einmal genau diesen Artikel Wetten gegen die Deutsche Bank anschauen. Und zwar geht es hier um diese großen Kursverluste. Wenn wir uns das einmal im Chart anschauen, wir sehen es schon hier, minus 8% auch am Vortag, minus 3% Freitag ging es schon sehr, sehr gut bergab. Generell sehen wir aktuell im europäischen Sektor sehr, sehr viel Druck. Laut Analysten, wie es hier in diesem Artikel erwähnt wird, geht es dabei aber nicht um wirkliche Verkäufe von Retail-Investoren oder Institutionen, sondern vielmehr um Short-Seller, die probieren jetzt aus dieser Krise Geld zu machen. Dabei geht es nämlich um die Credit Default Swaps, also sozusagen Versicherungen gegen den Zahlungsausfall von Unternehmen. Mit diesen Credit Default Swaps, also diesen Versicherungen, lässt sich nämlich mit einem sehr geringen beziehungsweise begrenzten Kapitalaufwand sehr, sehr leicht der Aktienkurs bewegen. Das Ganze haben jetzt eben in den letzten Wochen Hedgefonds sehr, sehr vermehrt ausgenutzt, um eben die Aktien der europäischen Banken zu drücken. Wie gesagt, bisher auch Olaf Scholz hat sich schon dazu geäußert, wie valide, sag ich mal, jetzt diese Bestimmungen sind. Bisher sieht es aber nicht danach aus, dass wir wirklich einen Crash des europäischen Bankensektors sehen, sondern es sich dabei jetzt wirklich erstmal nur um Leerverkäufe handelt. Das Ganze bringt natürlich eine gewisse Sicherheit rein. Sollten wir hier wirklich einen Crash sehen des europäischen Bankensektors, dann können wir uns aber auch sicher sein, dass der Kryptokurs ebenfalls davon auch beeinflusst wird, alleine weil natürlich Banken wichtig für das On- und Off-Rampen sind und natürlich eine solche Krise für Unsicherheit bringen würde. Ich würde sagen, das war es jetzt soweit zum Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal ein Like und ein Abo dalassen und wir sehen uns dann morgen zum nächsten Video. Ciao!